Du fragst dich schon länger, ob deine Bremse am Mountainbike nicht eine bessere Bremsleistung bringen könnte? Und du glaubst, eine andere Bremsscheibe könnte dir dabei vielleicht helfen? Da brauchst du gar nicht weitersuchen, weil in diesem Video wirst du bestimmt die Antwort finden. Während ich hier zum hundertsten Mal das Schaltauge wieder gerade biege, weil die AXS dann doch ein bisschen sehr empfindlich ist, was das betrifft. Ein paar Worte zu den Scheibenbremsen. Bremsscheiben. Ich bin die letzten Jahre quasi jede Bremse gefahren, die so der Massenmarkt hergibt. Swim, Shimano, Magura, DRB bin ich auch gefahren, aber das ist nicht der Rede wert. Ich bin all die Bremsen gefahren, kenne deren Vor- und Nachteile. Bin sie mit verschiedenen Bremsscheibenkombinationen gefahren, meist aber mit den Originalbelegen der Hersteller. Also grundsätzlich muss man die Kirche im Dorf lassen. Also jede Bremsscheibe ist ein ausgeschnittenes Stück Metallblech, das dann ans Rad geschauft wird und wo irgendwer fest drauf greift, damit es langsamer wird. Alle kochen nur mit Wasser. Auch klar, unabhängig vom Hersteller. Bremsen, dann alle. Selbst der Finger macht Geräusche, wenn er über die Löcher drüber ruppelt. Ein Bremsbelag macht auch Geräusche, wenn er über Löcher drüber ruppelt. Solche Löcher klingen aber anders als solche Löcher. Guter Scheiben waren ja schon immer eher für den Rennsport ausgerichtet. Weil dort hat man ja auch einen eigenen Mechaniker, der sich um die Bremse kümmert. Braucht man auch eigentlich bei der Bremsen. Aber wenn man genau schaut, wird man merken, dass ich da mittlerweile, also ich habe da mindestens einen Satz. Ich weiß, wenn ich euren Lieblingsbremsscheibenbelagshersteller auch, dann schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Hurra! Das sollte uns eigentlich schon zu denken geben, warum? Na ja, weil es funktioniert. Kurzversion, danke. Video ist zu Ende. Auf Wiedersehen. Grüß dich. Nein, nein, ich glaube... Ja, ja, das macht nichts. Ich kann dabei Aussicht genießen. Aussicht genießen ist auch nicht so schlecht. Also da geht das wenigstens. Darüber sieht man Weltkultur eher bei Seberningbahn. Fantastisch. Ich glaube, da hat wer eine Hulzwand gebaut. Warum weiß keiner. Ich bin der Einzige, der das Gefühl hat, dass sich diese kleine B-Schraube bei der Exes regelmäßig selber verstellt. Tja, aber das können wir in einem anderen Video untersuchen. Worum geht's? Da ist der Doktor mit den Sandalen runtergefahren. Dann werden wir das mal bitte mit Schuhen schaffen, oder? Und zwei Millimeter ist in meiner Welt die beste Dicke. Egal wie groß die Bremsscheibe ist, aber zwei Millimeter ist auf einem E-Mountainbike schon eine vernünftige Dicke. Da habe ich schon genug Material, dass mit der Wärme zurechtkommt. Da habe ich genug Material, dass das Ding ziemlich stabil ist. Und, nicht unwesentlich, vor allem dann, wenn man Shimano-Fahrer ist, da habe ich immer noch genug Material, damit die Bremsscheibe nicht zu dünn wird, wenn sie sich abnudelt. Die Scheibe ist bei Minimum Thickness immer noch dicker, wie die Shimano-Scheibe, wenn sie aus dem Werk raus ploppt. Die Vorderbremse schnarrt ein bisschen, man hört das, also ich höre es, ich weiß nicht, was ich im Video höre. Wäre geil vor Bremsbelägen, was soll ich sagen? Ja, sie bremsen, sie bremsen immer grundsätzlich gut. Aber sie bremsen jetzt nicht so anders anders. Die Kodi RSC wird mit gesinterten Belegen ausgeliefert, darum bin ich sie auch ausschließlich mit gesinterten Belegen gefahren. Punkt. Die sinterten Belege haben ihre Vorteile, logisch. Bei Nässe zum Beispiel, oder wenn ich viel Gewicht, lange und steil bergab bremsen muss, die halten einfach mehr Hitze aus. Ich sehe es halt so. Und bei Nässe reiben sie halt besser, verreiben sie sich besser mit ihren Metallanteilen als organische Belege. Ist halt so. Sie machen auch mehr Lärm. Ja, gut, ein bisschen Metall auf Metall, quitscht halt mehr. Ist halt so. Seit ich die Galfa-Scheiben verwende, fahre ich aber keine gesinterten Belege mehr. Und hier haben wir Galfa-Shimano. Aber selbst bei den organischen merke ich wiederum keinen Unterschied zwischen den Galfa-Belägen und den Shimano-Original-Belägen. Also, ich habe auch müssen dazulernen. Ich war ein großer Verfechter von gesinterten Belegen. Dachte nie, dass ich jemals wieder mit organischen Belege fahre. Und was ist passiert? Jetzt, seit Monaten, organische Belege. Bumm, zack. Und was ist? Haha, bin besser drauf als vorher. Also, man lernt dazu. Man entwickelt sich weiter. Ich finde, das ist eine gute Sache. Ich bin froh, wenn man was dazulernt. Und wenn nicht alles festgemauert ist, sondern wenn man auch noch auf neue Sachen wieder draufkommt. Klar entwickelt man sich auch fahrerisch weiter. Es kann schon sein, dass ich vielleicht, ich weiß nicht, besser fahre als letztes Jahr. Ich habe aber keine Ahnung. Vielleicht fahre ich langsamer. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall komme ich jetzt auch mit organischen Super zurecht, wo ich vorher noch dachte, oh mein Gott, ohne X-Hinter, dann komme ich den Berg aber nicht runter. So soll sich jeder die aussuchen, die für ihn selbst die besseren Belege sind. Ganz hart. Also die Galfa-Beläge bremen sich das nicht so anders an, als die Belege von Srim, von Shimano oder anderen Hersteller, die auch für Magura produzieren oder Magura selbst. Also sie bremsen grundsätzlich. Oder andersherum, ich habe die original Schimano-Belege drinnen und die bremsen sich hier genauso gut wie die Galfa-Belege am anderen Rad mit den Galfa-Scheiben. Bei einer puren Blindfahrkostung würde ich nicht feststellen können, welcher Belag gerade drin ist. Der größte Unterschied ist, die Beläge quitschen weniger als die Galfa-Belege, weil ja, die Galfa-Belege fangen irgendwann an zu quitschen. Wenn man länger bergab fährt und die richtig schön warm werden, machen sie sich bemerkbar. Witzigerweise dann doch. Also wenn man jetzt im Regen anfängt zu bremsen, quitschen es einmal nicht, dann fährt man aber, dann wird die Bremse wärmer und irgendwann wird sie vermutlich zu warm und dann quitschen sie im Regen. Wenn man wieder ein bisschen weniger, dann quitschen sie wieder nicht. Die original Schimano-Belege sind ruhig. Und von der Bremsleistung her merke ich keinen Unterschied, warum sie wieder an andere Beläge verwenden. Ein Argument wäre, wenn ich die Galfa-Belege billiger bekommen würde, wie die original Belege, dann könnte man überlegen, ob ich nicht die nehme, weil die funktionieren zumindest genauso gut und nicht schlechter, aber um weniger Geld und dann wären sie doch wieder irgendwie... Solltest du dir jetzt eine Galfa-Scheibe kaufen? Tja, das weiß ich nicht. Das musst du wissen. Grundsätzlich hätte ich gesagt, wenn du mit deiner jetzigen Scheibe nicht zufrieden bist, dann kannst du eine andere Scheibe ausprobieren. Wenn deine Originalscheibe jetzt schon 2 mm Dicke hat, ob man dann extra für andere 2 mm Dicke wechseln muss, musst du selber wissen. Jeder hat ein anderes, wie soll ich sagen, audiovisuelles Wahrnehmungsvermögen. Dem einen stört das Geschnurre und das Geschnarre vom Bremsgeräusch der Scheibe und der Belege, den anderen stört es gar nicht. Der andere will, dass es griffig und bissig ist und der andere mag es, wenn er ein bisschen warrt, bis es einmal anfängt zu bremsen. Hast du eine eigene Lieblings-Bremsscheiben-Brems-Belag-Kombi? Schreib sie unten rein in die Kommentare, weil... Richtig, dafür sind die Kommentare da, dass man da was reinschreibt. Und wenn du schon unten bist, lass dir einen nutzigen Daumen-Symbol da und ein Abonnabe. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Tja, apropos beim nächsten Mal. Wenn mich Leute fragen, wie die AT-beraubenden Fahrradaufnahmen gefilmt werden, blieb das meist unbeantwortet. Heute aber nicht. Denn heute lüften wir das Geheimnis.